Und wir haben da natürlich ein Auge drauf. Wollen noch drüber sprechen mit Philipp Biden, den Kapitän. Er ist bei uns. Erstmal herzlich willkommen bei Ron. Schön, dass Sie da sind. Wie wichtig ist es denn da, mit einem Sieg gegen Schalke in diese kleine Winterpause zu gehen? Es ist ungemein wichtig. Ich meine, gerade jetzt auch, wenn man die Tabelle angeschaut hat, sind wir oben dabei. Mit einem Sieg rücken wir auch noch mal Hamburg auf die Pelle und auch unglaublich durch Weihnachten mit einem Sieg anzugehen. Was ist das denn für ein Gegner Schalke? Ich meine, immerhin zu Hause hatten Sie den 75 zu 64 geschlagen. Ja, wir hatten Probleme anfangs gegen Schalke, auch neu in der Liga. Ja, unangenehme Gegner, ein bisschen, ich sage immer, eine Zockertruppe. Da können viele, können viele Basketball spielen. Was heißt Zockertruppe? Ja, viel eins gegen eins. Manchmal treffen sie auch vielleicht ein paar verrückte Würfe, die, die vielleicht nicht einfach zu verteidigen sind, aber dann trotzdem reingehen. Und dann tut man sich auch ein bisschen schwer. Und auch, ich habe das Gefühl, dass wir auch diese Gegner, die unten mitspielen, auch ein bisschen unterschätzt haben. Jetzt gegen Top-Teams haben wir immer besser ausgesehen und von dem her muss man da am ganzen Tag aufpassen. Also scheint ja jetzt tatsächlich auch ein bisschen besser zu laufen. Aktueller Stretch aus fünf Spielen, vier Siege. Das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Was läuft momentan gut? Ich glaube, wir haben uns ein bisschen über den Rhythmus gefunden. Wir haben anfangs ein bisschen vermissen lassen. Vor allem die Defense ist auch besser geworden. Letzte Spiele. Ich meine, jetzt haben wir am Hamburg, glaube ich, auf 70 Punkte gehalten. Auch in Tübingen super Defense gespielt. Auch davor die Auswärtsspiele, gut Defense gespielt. Jetzt gegen Rostock war es nicht ganz so toll. Ja, und die Defense macht uns einfach aus. Und wenn die steht, glaube ich, können wir auch jeden schlagen. Dann heißt es ordentlich durchschnaufen. Denn zum Jahresbeginn steht direkt der Tabellenführer dann auch auf der Platte. Ja, ich meine, es ist ein super Spiel, eine super Aufgabe. Wir haben damals in Chemnitz auch schon, ja, wir hatten auch Chancen, das Ding zu holen. Wir haben jetzt seitdem einen super Lauf hingelegt. Wir haben nur ein Spiel verloren. Und da müssen wir einfach genauso agieren wie gegen Hamburg. Wir dürfen dem von Anfang an nichts zulassen, aggressiv spielen und direkt zeigen, dass heute nichts zu holen ist. Sie sind als Center ein wichtiger Eckpfeiler, sag ich mal, der Mannschaft bildlich gesprochen. Vor der Saison ja wieder nach Heidelberg zurückgekommen. Wie fühlt es sich an jetzt nach einem halben Jahr? Ich muss sagen, die Entscheidung war absolut die richtige. Die Familie fühlt sich sehr wohl. Das ist auch sehr wichtig. Da fühle ich mich auch wohl, kann auch meine beste Leistung bringen. Und ich denke auch, diese Saison habe ich gezeigt, was ich kann und was auch meine Aufgabe ist, als Kapitän die Mannschaft anzuführen. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits vom Feld, die Jungs unter Kontrolle zu halten, ab und zu auch mal ein bisschen lauter zu werden. Und das wird super angenommen. Die Jungs sind einmalig, also die Charakter, Charakter, Licht, die Mannschaft ist top. Auch der Trainer und drumherum passt eigentlich alles. Und es macht gerade Spaß, Heidelberg zu spielen. Ja, dann machen Sie uns gerne auch Spaß. Weiterhin am Wochenende dann gegen Schalke am Sonntag gerne mit einem Sieg. Philipp Heiden, danke, dass Sie bei uns waren.